Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Moment, warte. Zauberlickstil, war das... Oh... Meint der Magiezeug? Ähm... Ich glaube, er meint Magiezeug. Ja, meint er wahrscheinlich. Ja gut, Leute. Er meint, wir sollten nicht weitergehen. Ich sag mal, wir gehen trotzdem weiter. Ist vielleicht keine so gute Idee, aber ey... Äh... Ich bin nicht so gut darin, hier... Dinger zu befolgen. Okay. Will ich hier hin? Mal sehen. Okay, ja, ich seh schon, warum wir hier wahrscheinlich Magie brauchen. Weil... Wäre ganz nützlich, weil das Teil zieht Magie ab. Und... Oh Gott, das ist echt nicht gut. Ich hab ne Weile nicht mehr aufgenommen. Und... Äh... Hier ist grad alles ein wenig verstaubt. Und... Ähm... Ja... Das ist nicht so gut, wenn man das ganze Zeug hier einatmet. Hätte vielleicht vorher ein bisschen sauber machen sollen. Daran denke ich aber leider nicht. Verdammt, das hätte ich mir aufsparen können. Ähm... Moment, Moment, Moment. Der Feuer starb. Nach oben, nach oben. Okay. Nein, nein, nein. Verdammt. Okay. Nach oben. Und zack. Yeah. Nein, nein, nein. Fuck. Okay, das war jetzt nicht so gut. Na komm, runter. Okay. Ich mach's nochmal. Einfach so aus Prinzip. Ja, super. Das hab ich befürchtet. Aber... Ich... Kann doch jetzt, wenn ich cool bin, was ich nicht bin. Na super. Okay. Komm schon. Bring das... Yes. Nein, nein, nein. Fucking... Nein. Ah. Fuck. Okay. Nicht cool. Gar nicht cool. Äh... Zack. Die ganze Magie geht hier langsam drauf. Okay. Hier entlang. Nein! Ach Gott, was soll'n der Scheiß? Äh... Nicht so cool. Gar nicht cool. Gar nicht... Gar nicht... Gar nicht cool. Ich weiß, warum ich das Magiefläschchen mitnehmen sollen... Äh... Mitgenommen haben sollen... Tuten... Sollte. Ja. Okay. Ah... Wir warten, bis das ausgeht. Und... Dann gehen wir unten lang. Weil ich glaube, das ist sinnvoller. Okay, ja. Ja, ja, ja. Nach oben. Sehr gut. Anmachen. Jetzt warten wir hier, bis wir das machen können. Sehr gut. Okay. Und dann beeilen. Dann kriegen wir auch noch das offene Türchen. Nein! Was zur Hölle? Und mein... Ach. Fuck you. Fuck you. Nicht cool. Und ich komm hier nicht mehr raus. Oder? Äh... Bringst du mich hier raus? Ja, oder? Ja. Ja. Okay. Das war mal gar nicht gut. Okay. Ähm... Ja gut. Dann versuchen wir das wohl nochmal. Oder... Ich geh hier jetzt erstmal nach links. Um zu schauen, was hier so ist. Da 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 da... Weil das... Das war... Das lief gar nicht gut. So. Was haben wir hier? Eine Kiste. Seht... Das ist doch schon mal was... Gutes. Oder auch nicht. Der Kompass. Sehr schön. Da 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 da... What? Ähm... Okay. Nein, nein, nein. Das wollte ich gar nicht. Hahaha. Bin ich nicht klug, Freunde? Bin ich nicht klug? Bin ich nicht klug? So. Äh... Es bleibt ja da und wartet auf mich, oder? Mein Herz nehme ich gerne an mich. Nehme ich gerne an mich. Auf nach oben. Ciao. Ähm... Einen Schlüssel brauche ich dafür. Na gut. Den habe ich leider nicht. Deswegen gehe ich nach hier oben. Okay. So. Was erwartet uns hier? Irgendwas nicht cooles. Ja. Das war mir klar. Okay. Ciao. Ciao. Ich hasse diese Böden. Oh Gott. Mal sehen, wie gut ich das hier durchhalte. Äh... Ich schiebe ein wenig Panik. Oh Gott. Bringt das was, wenn ich einfach die ganze Zeit wie ein Bescheid her rumschlag? Na komm. Na, das wollte ich gar nicht. Okay. Ja. Scheint was zu bringen. Scheint was zu bringen. Na komm. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ah Gott. Okay. Die beiden noch. Und das sollte es gewesen sein? Ja. Nur schön diesen blöden Totenkopf hinzeichnen. Sehr, sehr gut. Nicht... Ähm... Ich habe eine leere Flasche. Und ganz... Für ein Herz verschwende ich jetzt nicht eine Fee. Na komm her. Oder auch doch. Na gut. Das bringt nichts. War... War das wirklich alles? Das war wahrscheinlich echt alles. Na super. Dann wollen wir hier wieder weg. Und wenigstens ist der Boden wieder normal. Hat sich auf jeden Fall total nicht gelohnt, Freunde. Total nicht gelohnt. Ja gut. Was soll's? Äh... Weg hier. Nein, 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 nein. Ach Gott. Ach komm. Natürlich. Natürlich. Einfach in eine andere Richtung. Da lang. Gib mir das. Oder auch nicht. Was erwartet uns hier? Wir müssen wahrscheinlich nach da oben. Okay. Wie macht man das jetzt hier am geschicktesten? Ah... Feuerstab. Okay. Ich probiere jetzt was, Freunde. Zwar das. Und mal sehen, wie das hier jetzt funktioniert. Na komm. Na komm. Und... Yes. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich... Oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Und in einem davon... Uh... Karte sogar direkt. Und in dem anderen ist wahrscheinlich der Schlüssel, oder? Yes. Okay. Seht ihr, Freunde? Äh... Ein bisschen Geduld, ein bisschen überlegen. Und alles klappt. Äh... Äh... Okay. Sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. Warum nicht gleich so? Ganz ehrlich. Warum nicht gleich so? Äh... Zack. Und... Zack. Nehm ich gerne mit. Okay. Und auf nach oben links. Sieht doch... Sieht doch ganz... Ganz gut aus, wollte ich sagen. Und bereue es direkt. Okay. Na komm. War der vorhin auch da? Der war doch vorhin nicht hier. Na super. Erstmal ein Herz verlieren. Ist doch... Cool. Äh... Äh... Ne, ne, ne. Tschüss, tschüss. Äh... Du, du... So. Äh... Ach du blödes Orangendingens. Was ist das überhaupt? Pokey... Abklatsch. Was sollst. Auf hier durch. Und... Chainjumps. Okay. Von... Mir aus. Von... Mir aus. Ich weiß nicht warum. Ich denke mal... Ja. Seht ihr? Ah... Nein. Ah, fuck. Okay, die ziehen echt viel ab. Die ziehen echt viel ab. Wieso habe ich das nicht bemerkt? Nicht so gut. Okay, wir nehmen die Kiste und rennen direkt nach oben. Kann man die irgendwie killen? Ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht mal mit dem Bogen abwerfen sollen. Gib mir den Schlüssel. Und ich bin weg. Ich bin weg. Ciao. Jetzt sollte ich mir mal die Karte anschauen. Da 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 da. Äh... Oben haben wir alles. Sehr schön. Und... Nicht mehr viel bleibt übrig. Das ist doch... ganz gut. Gib mir dieses magische Pulver. Und natürlich renne ich direkt in ihn rein. Ich meine... Was auch sonst. Hier. Danke. Okay. Das sieht... Komisch aus. Sieht sehr komisch aus. Tada. Der Herzen. Noch ein Herz. Pfeile. Ja super. Wofür brauche ich denn bitte Pfeile? Äh... Ich nehme mal das da. Wer weiß. Vielleicht brauche ich das ja nochmal. Hahaha. Mr. Orangen Pokey. Und ich... Möchte ich nicht sehen. Äh... Wuuu. Okay. 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 Äh... Von mir aus. Eine wilde... Eine wilde Fahrt. Äh... Ich sage den hier. War das klug? Äh... Ist ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Es ist... Verwirrend. Wirklich sehr verwirrend. Oh. Verdammt. Eigentlich wollte ich einer davon noch hier mitnehmen. Okay. Und... Na komm. Yes. Äh... In einer Flasche aufbewahren. Sehr gut. Danke. Nicht so gut. Gar nicht gut. Ah. Ach. Super. Tada. Oh Gott. Wieder so ein blödes Auge. Ernsthaft. Na komm. Tschüss. 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 Kann man die überhaupt killen? Ja. Okay. Äh... Mr. Orangen Bauch. Komm mal her. Äh... Komm her. Komm her. Ich sagte komm her. Bye bye. Oh. Sehr gut. Okay. Jetzt... Ist die Frage... Äh... Kann ich Türen von hinten öffnen? Äh... Oder auch so? Okay. Ich dachte die verschließe sich jetzt wieder einfach so. Aber nein. Und wir haben die Kiste. Sehr gut. Okay. Das lief doch schon mal ganz gut. Jetzt ist die Frage, Freunde. Wo müssen wir damit hin? Welcome... Ah, Gott. Das ist... Das ist nicht cool. Warum gibt's ja so viele von diesen komischen Dingern? Das wollte ich nicht. Dass понять jetzt auch mal nie. Wann kann ich gerne verzichten. Warum nicht gleich so einfach? Warum nicht gleich so einfach? Äh... Ich habe keinen Schlüssel. Okay. Achso, ich kann jetzt noch bei dem... Okay, nochmal alles wieder zurückgehen. Weil da war ja noch ein Weg, da kann ich die zweite Röhre nehmen. Mal sehen, wohin die mich führt. Tada. Okay. So, die hier haben wir ja vorhin nicht genommen. Deswegen, zack, auf da rein. Okay. So. Du. Wow, fliegen die immer so weg? Da. Okay, vorsichtig. Das ist ja hier lebensmüde. Na komm. Okay, und? Na komm, na komm. Zapp. Okay, dann können wir uns erstmal auf dich. Meine Fee, die nehme ich gerne an mich. Zack. Ich weiß, wir haben noch eine Flasche frei, wenn ich mich nicht irre, aber was soll's? Schießen ist hier echt nützlich. Nein, nein, nein. Okay, gib mir das einfach. Hier, zack. Nein, hier. Okay, okay. Okay, komm. Sehr gut. Runter. Runter, runter, runter. War das klug? Äh, ja, es war nicht schlecht, denke ich mal. Mal sehen. Äh, das ist nicht cool. Okay. Ähm. Da. Da. Okay. Wo sind... Ach so. Okay. Einfach... Ach so, okay, okay. Dann musste man das tun. Dann war ja meine Entscheidung gut, direkt nach links zu gehen. Zack. Und den Superschild. Yeah, der Spiegelschild. Damit lassen sich die Strahlen abwehren, gegen die dein altes Schild nicht machtlos war. Sehr gut. Wow, ist das Ding riesig. Ja gut. Äh, Link, ich weiß nicht, wie du da drüber schaust, aber... Gut. Äh, keine Ahnung. Ich meine, das Ding ist viel zu riesig und damit können wir jetzt so Magie-Dinger wegschießen. Wie blöd das aussieht. Ich meine, schaut ihn euch an. Wie sieht er denn darüber hinaus? Weil er bewegt den Schild ja nicht mal. Okay, was soll's. Äh, ah, kommt, wieder so einer. Sieht so aus, als könnte ich die Wand hier wegbomben. Na, komm. So, äh, Bomben. Moment, Moment. Danke. Hier und dort. Und, äh. Die Frage ist, er ist nach oben oder nach rechts? Ich würde sagen, er ist nach oben, oder? Okay. Zack. Und schnell. Sehr gut. Okay. Moment, ich hätte vielleicht doch erst nach rechts gehen sollen, weil, äh... Ist hier unten nicht... Boss-Time irgendwann demnächst. Ich weiß nicht, ich gehe lieber nochmal nach oben. Weil, ich befürchte, hier unten geht's weiter. Tada. Ja, super. Okay, sag mir nicht, ich muss das wieder aufbomben. Nein. Sehr schön. Bleibt aufgebombt. Und hier komme ich nicht weiter. Herrlich? Ehrlich? Wirklich? Das ist ja nicht so cool. Hey, hey, hey. Link, hier dich um. Okay. Ziehen kann ich auch nicht. Bitte nicht irgendwann rot. Nee. Ähm, okay. Dann war ich wohl doch richtig. Oder kann ich mich von hier... Äh. Kann ich mich von da oben nach rechts bomben? Nein. Sieht nicht so aus. Okay. 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 Hier ist es die Frage. Wohin bringt mich... Oh Gott, dieses Ding. Äh. Okay, super. Doppel super. Hat sich ja nicht mal gelohnt. Super. Okay. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das ist super. Freunde, ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Okay. Hier runter. Dann nach rechts. Dann runter. Dann runter. Dieses Ding reagiert einfach nicht. Nein. Oh Gott, was soll der Scheiß denn? Okay. So. Jetzt. Bitte. Danke. So. Und das hat sich auch nicht gelohnt. Na, super. Zwei Herzen. Für die 5000, die ich verloren habe. Okay. Da kann ich auch noch andocken. Dann gehe ich mal hier hin. Bringt auch nichts. Ich hätte Herzen bevorzugt, aber was soll's. Da will ich hin. Da will ich hin. Okay. Okay. Moment. Die Frage ist, wie komme ich da hin? So, wie's aussieht. Ja. Und es ist ein Knopf. Die Frage ist, was macht dieser Knopf? So, wir lassen ihn mal gedrückt. Das war nicht so klug. Da hin, dahin, dahin möchte ich. Okay. Nein, nein. Okay. Rausgefunden, Freunde. Rausgefunden. Ziemlich viel Schaden genommen. Aber was soll's. Das war nicht klug. Okay. Vorsichtig. Ah, du. Gib mir deinen. Oder auch nicht. So. Achso, damit kann ich jetzt auch diese Strahlen abwehren. Okay. Okay. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Achso, Moment. Ich glaube, wenn ich die gar nicht angucke, dann schießt der gar nicht. Ja. Oder auch doch. Moment. Wie soll ich das denn machen? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich kann da rein und dann. Ja, ich meine. What? Okay. Ich bin tot. Ich verstehe nicht, wie ich das machen soll. Ich komme da rein, aber ich komme nicht ohne Schaden wieder raus. Also. Ist ein bisschen komisch, aber ey, was soll's, Freunde. Das war es einfach für diesen Part. Mein Name ist Vitos und ich habe vergessen, wie meine Verabschiedung ging. Ah ja, bis dahin und ciao. Ciao. Das war's für heute.